In diesem Video möchten wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten datenschutzrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit LA bieten. Im Rahmen von LA werden Studierendendaten erhoben, analysiert und rückgespielt, um Studierende bei der Erreichung ihrer Studienziele und der Verbesserung ihres Lernverhaltens zu unterstützen. Die Verarbeitung zahlreicher Studierendendaten, also überwiegend personenbezogener Daten, ist somit die Grundvoraussetzung für funktionierende LA-Systeme. Trotz der vielen Vorteile, die solche Systeme unzweifelhaft für Studierende mit sich bringen, dürfen denn mögliche negativen Auswirkungen in Bezug auf die Privatsphäre und Persönlichkeit von Studierenden nicht vernachlässigt werden. Durch Datenerhebungen und Analyseprozesse in LA werden Studierende nämlich teilweise digitalisiert und somit Aspekte ihrer Lernfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit datafiziert. Man darf dabei nicht vergessen, dass mit jeder Verarbeitung personenbezogener Daten potenzielle Risiken für betroffene Personen einhergehen können. Diese können von physischen, materiellen, immateriellen Schäden, Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder finanziellen Verlusten bis hin zur Rufschädigung oder anderen erheblichen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nachteilen reichen. Vor diesem Hintergrund ist der Schutz und die rechtskonforme Verarbeitung personenbezogener Daten im Hochschulkontext und die ethische Behandlung von Daten im Rahmen eines LA-Systems besonders wichtig. Die Einbeziehung dieser Faktoren ist absolute Grundvoraussetzung dafür, dass Studierende derartigen Systemen vertrauen dürfen. Hört man die Bezeichnung Datenschutz und würde man diese wörtlich interpretieren, könnte man missverständlicherweise annehmen, dass dabei der technische Schutz von Daten im Vordergrund steht. Tatsächlich ist die Datensicherheit allerdings nur ein Teilbereich dieser Materie, ein Mittel zum Zweck. Denn das Hauptziel des Datenschutzrechts liegt im Schutz der Privatsphäre des Menschen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Der Schutz personenbezogener Daten ist ein europäisches Grundrecht, das primärrechtlich sowohl in der Grundrechtecharta als auch im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgeschrieben ist. Auf europäischer Ebene wird der Datenschutz sekundärrechtlich im Rahmen der sogenannten Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, geregelt. Neben dem Schutz personenbezogener Daten verfolgt diese Verordnung allerdings noch das gleichwertige Ziel, einen freien Datenverkehr in der Union zu gewährleisten. Zudem ist im nationalen österreichischen Recht in § 1 Datenschutzgesetz ein eigenständiges Grundrecht auf Datenschutz inklusive eines Anspruchs auf Geheimhaltung verankert. Der Einsatz von LE an österreichischen Hochschulen darf ausschließlich unter strikter Beachtung dieses rechtlichen Rahmens datenschutzkonform stattfinden. Daher möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten einen Überblick über die wichtigsten Pflichten und Grundsätze der DSGVO und deren Bedeutung für LA geben. Im Rahmen der DSGVO ist der sogenannte Verantwortliche als Herr der Daten der Hauptadressat der festgelegten datenschutzrechtlichen Pflichten. Zu diesen Pflichten zählen insbesondere die Einhaltung der Grundsätze der Verarbeitung. Die Einhaltung der Rechtmäßigkeitsbestimmungen der Verarbeitung. Die Einhaltung der Informationspflichten. Die Pflichten, die sich im Zusammenhang mit den Rechten betroffener Personen ergeben. Datensicherheitspflichten. Die Einhaltung von Privacy by Design und Privacy by Default. Meldepflichten im Falle von Datensicherheitsverletzungen. Die Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten. Die Pflicht zur Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung. Und die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten. Im Rahmen von LA ist diese Pflicht vordergründig für öffentliche Hochschulen relevant. Unter all diesen Pflichten besonders wichtig ist die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Grundsätze. Die Einhaltung dieser essentiellen in Artikel 5 DSGVO geregelten Prinzipien ist eine Grundvoraussetzung für die Rechtmäßigkeit, die bei jeder Verarbeitung eingehalten werden muss. Bei den Grundsätzen handelt es sich also gewissermaßen um die zentralen neuen Gebote des Datenschutzrechts, weshalb ich auf ihren konkreten Inhalt und ihre Bedeutung für LA näher eingehen möchte. Nach dem Grundsatz der Rechtmäßigkeit müssen personenbezogene Daten genau nach den gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet werden. Ausgangspunkt ist dabei das sogenannte Verarbeitungsverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Es dürfen nämlich an sich überhaupt keine personenbezogenen Daten im Rahmen von LA verarbeitet werden. Damit dies dennoch möglich ist, muss sich jede einzelne Datenverarbeitung in LA auf eine eigene Rechtsgrundlage, eben einen Erlaubnisdatbestand stützen können. Diese finden sich in Artikel 6 DSGVO für sensible und strafrechtsrelevante Daten, aber auch ergänzend in Artikel 9 und 10 DSGVO. Mit dem Grundsatz nach Treu und Glauben soll eine faire Verarbeitung gewährleistet werden. Studierenden muss, um diesen Wertungen zu entsprechen, die Ausübung ihrer Betroffenenrechte erleichtert und möglichst transparent gemacht werden. Datenverarbeitungen im Rahmen eines LA-Systems, mit denen Studierende vernünftigerweise nicht rechnen können, sind zu unterlassen. Zudem soll der Grundsatz der Transparenz sicherstellen, dass die betroffene Person ausreichend über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert wird. Studierende sollen in einer möglichst einfachen, aber dennoch umfassenden Weise erfahren, welche ihrer Daten im LA-System wie verarbeitet werden. Der Zweckbindungsgrundsatz stellt sicher, dass personenbezogene Daten nur für einen oder mehrere festgelegte, legitime sowie eindeutige Zwecke verarbeitet werden dürfen. Schon vor der ersten Datenverarbeitung im Rahmen eines LA-Systems muss klar definiert werden, zu welchem Zweck oder für welche Zwecke die damit in Zusammenhang stehenden Datenverarbeitungen durchgeführt werden sollen. Dieser zentrale Grundsatz kann unter bestimmten Voraussetzungen, die auch im Rahmen von LA vorliegen müssen, für Weiterverarbeitungen zu anderen, im Erhebungszeitpunkt noch nicht feststehenden, kompatiblen Zwecken durchbrochen werden. Im Rahmen der Datenminimierung müssen personenbezogene Daten dem Zweck angemessen, erheblich und auf das absolut notwendige Maß beschränkt sein. Es muss evaluiert werden, welche Daten zur Erreichung der einzelnen LA-Zwecke unbedingt erforderlich sind. Nur diese Daten dürfen in der Folge verarbeitet werden. Personenbezogene Daten müssen nach dem Grundsatz der Richtigkeit sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein. Im Rahmen von LA muss sichergestellt werden, dass einerseits jene Daten, die in das System eingespeist werden, der Realität entsprechen. Dies gilt aber ebenso für die Daten, die durch die Analyse entstehen und den Studierenden zurückgespielt werden. Zudem müssen Daten, wo es im Rahmen des LA-Systems erforderlich ist, aktuell sein. Personenbezogene Daten dürfen im Sinne einer Speicherbegrenzung nur für eine begrenzte Dauer gespeichert werden. Nämlich nur so lange, wie sie für die Zweckerreichung einer konkreten Datenverarbeitung unbedingt erforderlich sind. Sind Studierendendaten im Rahmen eines LA-Systems für die jeweilige Zweckerreichung nicht mehr erforderlich oder wurde der Zweck bereits erreicht, so sind diese unverzüglich zu löschen. Dabei zu beachten sind allerdings gegebenenfalls bestehende gesetzliche Aufbewahrungspflichten. Personenbezogene Daten müssen außerdem in einer Art und Weise verarbeitet werden, die die Gewährleistung einer angemessenen Sicherheit dieser Daten einschließt. Ein umfassendes technisches sowie organisatorisches Datensicherheitssystem ist eine Grundvoraussetzung für den Einsatz eines LA-Systems an einer Hochschule. Die Rechenschaftspflicht verpflichtet den Verantwortlichen dazu, die gerade vorgestellten Grundsätze einzuhalten und die Einhaltung dieser Prinzipien vor der Datenschutzbehörde nachweisen zu können. Jeder dieser Grundsätze bzw. die Gesamtheit der Regelungen der DSGVO werfen allerdings zahlreiche Detailfragen auf, die vor jeder Inbetriebnahme eines LA-Systems geklärt werden müssen. Diese Fragen können aber immer nur für den konkreten Einzelfall beantwortet werden. Dabei sind die genauen Zwecke, die mit einem LA-System erreicht werden sollen und viele weitere Verarbeitungsumstände zu beachten. Zu diesen Umständen zählen etwa die Institution des Verantwortlichen, also ob es sich bei diesem um eine private oder öffentliche Stelle handelt, die Kategorien der zu verarbeitenden Daten, die konkrete Ausgestaltung des technischen Systems oder etwa ein potenzieller Einsatz von künstlicher Intelligenz. Folgende datenschutzrechtliche Fragestellungen sind jedenfalls vor der Implementierung eines LA-Systems an einer Hochschule für den konkreten Anwendungsfall im Detail zu untersuchen. Wie gestaltet sich die datenschutzrechtliche Rollenverteilung beim Einsatz eines LA-Systems an der konkreten Hochschule und wer ist somit für die Verarbeitung von Studierendendaten verantwortlich? Werden die einzelnen Zwecke der Verarbeitung, die im Rahmen des LA-Systems erreicht werden sollen, eindeutig offengelegt? Wie werden die Grundsätze der Verarbeitung in LA konkret berücksichtigt? Auf welche Rechtfertigungsdatbestände in Bezug auf welchen Verarbeitungszweck stützt sich das konkrete LA-System? Im Hochschulbereich sind in diesem Zusammenhang besonders neue rechtliche Entwicklungen zu berücksichtigen. Sollen etwa Studierendendaten im Rahmen der Leistungsvereinbarung einer Universität mit dem Bund verarbeitet werden? Sind auch in diesem Zusammenhang die Bestimmungen der DSGVO zur Verarbeitung zu beachten? Dürfen zu anderen Zwecken erhobene Studierendendaten, wie z. B. Inskriptionsdaten oder Daten, die im Rahmen von Lehrveranstaltungen anfallen, für LA-Zwecke weiter genutzt werden? Unter welchen Voraussetzungen Daten müssen bzw. dürfen personenbezogene Daten im Rahmen von LA anonymisiert werden? Werden besondere Kategorien personenbezogener Studierendendaten im Rahmen von LA verarbeitet und unter welchen Voraussetzungen dürfen diese verarbeitet werden? Werden die Informationspflichten und Betroffenenrechte, besonders das Recht auf Datenübertragbarkeit, gegenüber Studierenden bestmöglich erfüllt? Wie werden Datensicherheitspflichten in LA berücksichtigt? Sind Privacy by Design und Privacy by Default im Rahmen des LA-Systems realisiert? Dieses Video sollte Ihnen Einblicke in die wichtigsten datenschutzrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit LA ermöglichen. Abschließend kann gesagt werden, dass die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und somit Legal Compliance nur der Startpunkt für vertrauenswürdige IT-Systeme sein kann. Um Vertrauen speziell im Zusammenhang mit LA zu fördern, gibt es etwa aus ethischer Sicht noch einiges mehr zu beachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017